Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 Scroll of the First Sin Weiter geht's, erstmal Soundcheck Passt Und weiter geht's hier, drück den Jäger heim Äh, Frage, Zauberwärtshaus habe ich zwei Warum habe ich dann nur Aber ich habe ja auch nur zwei, ich habe Moment, was habe ich eigentlich nochmal ausgerüstet? Müsste ich nicht drei haben? Nein Achso, das ist schon mitgezählt Einen Schlag und tot Man geht doch Und weiter Hier sind wir ein paar Untote Nicht in diesen grünen Regen rein Das ist nämlich Gift Ein Schuss und tot Mann, ich will dich treffen Hi Was hast du verloren? Ne Fackel Boah, um den Treppen muss ich mal richtig stehen Na? Genau, trifft mich noch Wüsste ich's doch Gegenseitiger Treffer Los Komm her Also eine richtige Chance gegen mich Haben die Und Dreck Nein Ich muss das normal machen Das ist ein großer Frosch Und hat viel Leben Und hat viel Leben Oh ja Das hat er Das hat sich nicht bewegt Ich hab ihn normalerweise aggressiver in Erinnerung Blöder Schmetterling Gut, dass du mich nicht vergiftet hast Dene Stölzen Ritters Yay Das sind 2000 Seelen Grund Titaninsterbe Gut Kommt langsame an die Gegend Wo ich Titaninsterben farmen kann Rickards Degen Der hat ein cooles Moveset Wie viel giftiges Muss habe ich jetzt eigentlich A7 Das wird später nämlich wichtig So, das ist hier der einzige Weg wieder raus Große sie als namenlosen Soldaten Wie viele brauche ich eigentlich für ein Level ab? Hm Ich habe 3000 in der Tasche Ich baue noch 5000 Seelen Um ein Level abzukriegen Und dann bin ich Ach ja, hier unten ist ja auch noch was Das sollte ich ja nicht vergessen Hey Triffst du mich einfach mal? Wo kommst du her? Und so da ich ja ein Magier spiele Mehl, das sollte ich auch mal ein bisschen Magie benutzen Wobei es ja Eher so ein Kampfmagier ist Der auch mal Dual wieldet Aber das ich ja noch nicht kann Weil ich die Werte noch dafür nicht habe Wieso? Okay Dann schieß ich dich halt runter Hat direkt in den Hinterkopf Brauche ich dir ja ein paar Heilungssteine Ein paar Lebenssteine Die gehen mir nämlich langsam aus Und das ist nicht so toll Der eine ist ja schon runtergesprungen Das könnte weh tun Der hängt da ja noch Tot Yay Geschafft Fahrerswahrheitsverkünder Den spare ich mir auf Davon habe ich jetzt nämlich nur noch einen So Diesmal bin ich über die Treppe gelaufen Ich will ja kein Leben verlieren hier Und wir da oben Ich will mal wieder diesen Rundgang nehmen Mal wieder Wieso bist du gesprungen? Ich habe gar nicht springen gedrückt What the fuck? Lass mich raten Die Habe ich ja einfach nicht mehr stark genug gedrückt Damit es Als Rennen gilt Ach hier Der sitzt hier in der Nische Das ist jetzt schon Das ist jetzt schon Natürlich muss er mehr wie was hinterlassen Jetzt darf ich diesen Grundklang doch ein drittes Mal nehmen Diesmal war ich schneller Wisst ihr was, ich mach mal diese Fenster da kaputt Damit ist der drinnen ein bisschen heller Ach, jetzt kann ich ihn auch anvisieren, so Achso, ich kann auch abkürzen Stimmt ja Die Schurkenrüstung Ey Die Erstlagen ist zwar besser Und allerdings auch schwerer Erstmal ist es mir wichtig Die ganzen Sachen, die ich tragen Waffen, die ich tragen will Tragen zu können Und bisher auch benutzen zu können Heißt, dieses eine Schild, was ich eben mal verglichen hatte Das will ich nämlich nutzen Ich hatte nämlich eine bessere Balance als das hier Wieso bist du jetzt Warum stehst du jetzt auf dem Eben nicht Au Sag, Gesicht Du triffst einfach mal So, nicht, dass er runterkommt Wo kommst du her Ach ja, du hangst dir hier Warum vergesse ich dich immer Und zwar immer So Shortcut freigeschaltet Hi So Vergelträger Du wirst mich nicht stören Na Komm her Komm her Runter Was machen die viel Schaden Wie viel Wille habe ich acht Einfach mal ihm vorbeigehen Ohne sich eigentlich auf ihn Auf ihn zu gucken Wo kommst du her So Diese Typen sind nervig Die können nämlich hochklettern Was ich bei diesen Typen da nicht haben will Weil der ein bisschen durchschlägt Und das ist ein bisschen nervig Moment Ich Euch vergesse ich nicht Ihr Schmetterlinge Der Baum Ich wusste es Als er kommt Au Muss ich genau in dem Moment Das schwer Den Schild Wegtun Ich hab mal dir ein bisschen Respekt Was Baum Wieso Du bist hinter mir gewesen Wieso hast du das Ab Du solltest ihn eigentlich Backstabben Was Er hat mich gestand Das hat Das hat aber funktioniert Von hinten an Schleichen Ist immer geil Verdammt Morgenschen Großes Sehleis Namenlosen Soldaten Wer wird Hier Wer will Hier denn Beschworen Werden Schüchternder Ich Beschwör Dich Nicht Hi Warum rennst Du eigentlich Immer weg Da war Ich Schneller So Du Da oben Ich Habe schon gefragt Was Dieses Rolls gemacht So Die Brücke Habe ich Schon Mal Runter Gelassen Dir Na Wer Kommt Da an Mit Den Segeln Gehe Ich Aber Nicht Zum Boss Da Gehe Ich Gucke Erstmal Das Leuchtfeuer Was Es Hier Noch Gibt Oh Lande Genau Mit Rücken Zu ihm Haha Ich mag Diesen Move Den Stun Locken Aber Es Sagt Den Shit Breaken Diesen Schwieriger Als Zum Beispiel Kontern Kontern Ist auch Genauso Schwierig Sogar Noch Schwieriger Hey Du Da Hab ich Dich erwischt Der Hat mich Schon Ein Bisschen Genervt Hier Kann ich Noch Nicht Rein Denn Verschlossen Und Da Ist Ein Leuchtfeuer Wurf Messer Ow Boah, die sind nervig. Ich brauche dringend wieder ein paar Steine. Hi. Komm her. Komm, komm, komm. Gnadenlos ruhen. Gnadenlos ruhen. Gnadenlos ruhen. Gnadenlos ruhen. Das war wohl nichts. Menschlichkeit, danke. Und hier ist der Schlüssel. Ohohohoho. Aufpassen. Giftiges Moos. Flamberg. Hi. So ein bisschen Zerberei kann ich schaden. Ich war in Sicherheit. Ihr nicht. So. Er küsst die Wand. So, den da hinten knall ich hier von hier ab. Ich glaube, jetzt müsste noch einer von oben kommen. Ja. Tut er auch. Wasserfall. Alter, du bist laut. 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 constant eskart. Eskart. Bei dem muss man aufpassen Die können nämlich Die können einen nämlich Parieren Das können die Und zwar nicht so knapp Nein Blöde Echse Heißt ich darf die nochmal machen Heißt ich darf da nochmal lang Statt hier durch Was ein short Was ein kürzerer Weg wäre 40 Blutungsweile Oh Knapp Knapp Oh Knapp Teig F к Knapp So. Knapp. Wieso wechselt er manchmal, wenn ich da unten drücke? Auch die andere Waffe. Warum? Okay, bin gestorben. Na, wieder. Haha. Ich will mir nur jetzt... Ach, nö. Ich muss mich wieder durchkämpfen. Das ist nervig. Darf ich mich wieder durch die ganzen Sachen durchkämpfen? Und warum hast du nicht geschlagen? Ich habe zweimal gedrückt. Dann tust du einmal. Einmalig. Immer noch einmal Angriff, oder was? Zwei Angere gilten nicht, oder was? Boah. Ach, ich sammle fucking gerade wie wild. Getroffen. Ich will einfach durchraschen. Die Fallen mitnehmen, die ich muss. So, jetzt habe ich das ganze Heftlings-Set. Okay. Oh, 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 oh. 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 So, jetzt habe ich 26.000 Seelen. So. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt kann ich ihn finden. Der schickige Pferd. Er wird nicht wissen, was ihn zerfällt. Das hört sich nicht gut an. Ich gehe von Land zu Land, um mein Blatt zu holen. Ich habe gehört, dass diese Lande voller Gefahr war. Ich dachte, es würde mir perfekt zu sein. Ich habe die Forsten mit einem Mann auf der Weg. Aber er war keine mehr als eine schwarze Knabe. Er hat die erste Chance, die er hatte, um mich zu versuchen. Ich habe es entschieden, um ihn hier zu setzen. Aber dann wurde ich mich selbst verletzt. Ich kann nicht glauben, dass ich so stark war. Ich glaube, es sind die Stärken, die du hierher kamen. Okay. Gern geschehen eigentlich. Ach so, den habe ich dir schon begegnet. Okay. 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 Geste. Yay. Geste. Yay. Oh, Mann. Aufnahme an Julia. Das sind zwei Level, glaube ich. Und dann werde ich mir ein paar Heilungen, Lehmsteine und noch ein paar Pfeile. Denn die Pfeile gehen mir auch langsam aus. Was kriege ich mir alles aus? Aber erstmal mache ich hier einen Cut und bis zum nächsten Part. Das war's.